Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Oh Gott, was rede ich denn schon wieder? So komisch. Ich rede manchmal so komisch. So, äh, hier. Das will ich noch ein bisschen schöner machen. Weil es schwebt hier so hässlich in der Luft. Deswegen hätte ich gerne eben, äh, Treppen zum Beispiel, die das verdecken. Oder von mir aus auch Holzzäune. Na gut, ich könnte auch, machen wir von mir aus, versuchen wir es mal mit Treppen wirklich. Machen wir hier mal Treppen hin. Ja, das funktioniert gar nicht, finde ich, für mich jetzt so optisch. Von mir aus auch sowas. Ach, im Grunde sieht das schon einfach nur, einfach nur scheiße aus. Äh, sowas drunter. Finde ich auch okay. Sowas, finde ich alles okay. Nur wenn das jetzt hier einfach nur so rumschwebt, finde ich es hässlich. Die lassen sich auch nicht so richtig im Boden versenken, leider. Naja. Ich meine, die Zäune erfüllen jetzt wirklich nur den Zweck, dass die verbergen, dass das hier so hässlich in der Luft schwebt am Eck. Aber es funktioniert. Und jetzt gehe ich nochmal zu den Betontreppen. Schau mal, ob wir die hier vielleicht bauen dürften. Gnädigerweise, nein, leider nicht. Äh, weil da hätte ich schon noch gerne was. Vielleicht von mir aus auch einen Boden, den man hier anfügt. Der darf dann auch im, äh, mit dem am ehesten noch. Der kann dann auch hier im Dreck versinken. Ah, was haben wir denn hier? Moment mal, wo füge ich denn den an? Jetzt schwebt es ja immer noch in der Luft, nur hinter dem Zaun, oder? Hm. Naja, lasse ich jetzt trotzdem mal. Ach, schade. Das ist einen Tick zu hoch, aber tiefer geht es nicht. Ach, nee. Ah, Moment, Moment. Mal schauen. Ah, das ist sehr gut. Das ist echt sehr gut. Ja, hier muss nicht unbedingt noch was sein. Das ist okay. Aber hier können wir wirklich noch was hinbauen. Ich dachte, da ging es gerade. Hm. Geht es da wirklich nicht? Naja, anscheinend. Aber ist nicht so schlimm, finde ich. Ich baue jetzt hier nur ein bisschen weiter, wenn es geht. Damit, damit der, der, der Schutt im Grunde übergeht in Betonteile. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich auch hier diese Schutzsicht-Zäune wieder abbauen, weil wir hier vermutlich ein Teil hinkriegen. Oh, leider irgendwie nicht, oder? Naja, doch, vielleicht. Wer weiß. Aha. Perfekt. Und hier? Na? Will es nicht so ganz. Aber vielleicht wegen der Lampe an der Wand. Ich versuche mal, ich kann die gerade leider nicht mehr nach unten schieben. Ich weiß nicht, was da schon wieder schief geht. Ich gehe mal nochmal neu ins Menü. Nein, funktioniert nicht. Vielleicht liegt es an den Schienen hier. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie lassen die sich nicht. Jetzt geht es. Und jetzt versuche ich mal hier das hinzukriegen. Aber das geht nicht. Na gut, na gut, komm. Egal jetzt. Hier ein Teil hin. Hier geht dann wahrscheinlich keins mehr. Ja, das sind wirklich die Schienen. Die sind irgendwie Fixpunkte. Aber hier habe ich es auch rein glitschen können, so ein bisschen. Na gut, versuchen wir doch Treppen vielleicht wieder so eine... Ja, genau. Na komm. Naja, dann halt nicht. Aber immerhin. Das finde ich okay. Ja. Boah, das passt schon. Bisschen zusammengeschustert alles, aber so ist es halt. So, und hier kommt man in die wundervolle Badewelt von Vault 88. Den Generator und das Wasserwerk kann man einfach ignorieren. Denn hier sind wunderbare Badeflächen. Schade, dass hier so diese riesigen Felsen davor sind. Die kann ich auch nicht wegscrappen, weil sonst wäre das hier wirklich so ein Strand. Also es wäre nicht wirklich ein Strand, aber ich würde einfach so tun, als wäre es einer. Und ein Kraftwerk kommt... Ich habe den Generator jetzt im Grunde nur mal hier hingebaut, damit das Ding mit Wasser versorgt wird... Äh, mit Strom versorgt wird und Wasser für die Vault pumpt. Eigentlich will ich das Kraftwerk ja noch woanders hinbauen. Aber jetzt fürs Erste bleibt es mal hier. Aber trotzdem machen wir hier jetzt einen wunderschönen Badebereich. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wie gut uns das gelingt. Was braucht man? Was braucht man in so einem Freibad? Also, eigentlich liegen überall Handtücher am Boden. Das können wir nicht wirklich machen. Ich versuche mal, ob wir das vielleicht mit Teppichen zum Beispiel simulieren können. Was gibt es noch an Möglichkeiten? Außer Teppiche, Betten, Schlafsäcke, Matratzen... Naja, weiß ich alles nicht so recht. Naja, vielleicht wirklich einfach hier diese Teppiche. Oder die sind ein bisschen bunter. Wie so Badetücher mal auslegen. Vielleicht auch mal einen anderen hier. Ah, schade. Ich wollte gerne einen Teppich unter dem bauen, damit der auch ein bisschen Sonnen baden kann. Naja, ich lege die mal hier hin. Okay, was wir auf jeden Fall brauchen, unbedingt, ist sehr, sehr, sehr viel mehr Licht. Das soll... Die Sonne muss hier irgendwo simuliert werden. Ich versuche mal, hier oben ganz viele Lampen anzubringen. Wenigstens vier. Oder vielleicht fünf. Und jetzt noch in der Mitte eine. Wunderschön. Das ist doch eine schöne Sonne. Mal schauen, ob es vielleicht... Naja... Hm... Vielleicht wenigstens vier so. Das könnte schon vielleicht ganz cool sein. Links und rechts eine. Ach, jetzt fehlt uns schon wieder Stahl. Wo kommen wir denn da hin? Ohne Stahl ist schwierig bauen. Aber jetzt haben wir erstmal die eine. Brauchen wir auch Stahl für so Energietransport-Ponöbel zufällig? Ja, brauchen wir auch. Na ja, dann gehen wir halt schnell Stahl kaufen. Ich überlege gerade, ob es kürzer ist, wenn man da rüber geht. Auf jeden Fall würde ich jetzt hier mal eine Brücke bauen, damit man rüber gehen kann. Und zwar hier mit so Stegen. Das ist vielleicht die schönste und beste Option, die wir hier haben. Okay, da kann man ja dann eine Treppe anfügen. Ich glaube, das passt schon. Schauen wir mal, ob es vom Winkel her geht. Oh, sag bloß, jetzt haben wir auch noch den Größemeter ausgefüllt, oder? Ach nee, uns fehlt Stahl. Aber der Größemeter ist auch schon wieder ziemlich voll. Naja, I'll be back. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen Stahl kaufen beim Händler. Und dass wir ein bisschen Größe vielleicht wieder abbauen einmal. Einmal eine runde Größe abbauen. Und dann ist das schon in Ordnung, vielleicht. Es ist mir eine Freude, Ihnen zu dienen, Ma'am. Die Vault. Meine Funktionen erbringen maximale Leistung. Die schöne, schöne Vault. Äh, mir ist gerade was aufgefallen. Ich muss mal kurz vorne an die Box. Ich hoffe, da liegen neue Uniformen und Pip-Boys drin. Genau, weil Kate zum Beispiel war mit mir ja in Nuka World. Und hat seit ihrer Rückkehr noch keinen neuen Vault-Suit bekommen. Liegt der nicht sogar? Habe ich den nicht in ihre Kiste eingeräumt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ihr eigener ist sogar in ihrer Kiste, in ihrem Zimmer. Aber wo sie jetzt war, weiß ich nicht mehr. Da steht sie. Hallo. Naja, nicht so ganz. Weiß ich nicht. Woher weißt du, was eine Bank ist? Ungefähr 180 Jahre vor deiner Geburt hat es die letzte Bank gegeben. Wahrscheinlich, oder? Gibt es Bänke in Fallout? Ich weiß es nicht. Ich finde es super, dass immer alle hier im Kindergarten schlafen. Aber ich muss halt auch mal Räume zuweisen, wenn ich will, dass die in irgendeinem... In ihren eigenen Zimmern schlafen, will ich sagen. Okay, dann... Ach, Quatsch. Ach, was mache ich denn? Das war überhaupt nicht mein Ziel. Ich muss ja erstmal zu den Läden runter und Metall kaufen. Seien Sie doch selber gegrüßt, Kumpel. Immer dieser Drinking Buddy. Ich finde den ja eigentlich super cool, den Drinking Buddy. Oh, Ada. Du verstopfst hier irgendwie den Gang ein bisschen. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Nee, ich möchte, dass du aus dem Weg gehst. Danke. So, stecke ich hier fest. Es ist wahrscheinlich mitten in der Nacht, oder? Ja. Mensch, ich muss auch mal hier dekorieren. Anstatt, dass ich immer weiterbaue, sollte ich mal dekorieren. Aber ich will auch weiterbauen. Hey, wir haben unseren ersten externen Händler. Hallo, Cricket. Oh, scheiße. Die wollen nur Impropistolen und Munition. Ja, ich will doch nur mit dir reden, bitte. Ich will doch nur mit dir reden, handeln, meine ich. Dann kannst du meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Und da sind sie. Mhm. Dann schauen wir doch mal, ob sie auch Schrott hat. Hat sie zwar, aber leider kein Stahl. Moment, war da gerade Stahl? Bin ich jetzt blöd? Das muss ich leider nochmal schnell schauen. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst sie an. Hm. Hm. Klar. Ich... Jetzt beim Rausgehen? Nee, Silber war das. Okay. Irgendwas mit S habe ich gesehen und dachte mir, Momentchen mal. Genau. Und hier muss hier noch alles dekoriert werden und ausgebaut. Und ich muss hier noch so viel machen. Ich baue mal an 100 Tankstellen. Ja. An 100 Tankstellen. An 100 Baustellen gleichzeitig. Aber gleichzeitig habe ich halt gerade Bock auf aufbauen. Und es kommen auch wieder Zeiten, wo ich dann Bock auf dekorieren habe. Und dann machen wir das. Und dann kommen Mods und dann mache ich alles nochmal anders, weil es auf einmal viel bessere Möglichkeiten gibt. Wahrscheinlich. Mal schauen. So. Gleich ist es 9 Uhr ungefähr. 10 vor 9. Da dürften die Läden schon besetzt sein. Zumindest der Clothing-Händler ist schon da. Aber wir brauchen genau die Marcy Long. Was kannst du heute anbieten? Ich hätte gerne Stahl. Stahl, 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 Stahl. Stahl. Aber sie hat keinen Stahl. Ich weiß auch, warum sie keinen Stahl hat, weil das haben wir erst vor kurzem gekauft. Ich kaufe mal den Metalleimer. Wir müssen jetzt hier mal 48 Stunden warten. Beziehungsweise vermutlich nur 12 oder so, weil ja eh ein bisschen Zeit vergangen ist. Andererseits auch nicht so viel, oder? Ich warte jetzt mal 24 Stunden und dann versuchen wir es nochmal. Sonst warten wir halt einfach nochmal 24. Ja. Das ist wahrscheinlich der Beste. Die beste Idee. So, ich würde jetzt sagen, während wir hier warten, beende ich mal die Folge, weil das dauert sonst ewig. Und die letzte Folge war ein bisschen länger. Jetzt ist die wieder kürzer. So ist das. So gleiche ich das manchmal ein bisschen aus. Aber das passt jetzt gerade ganz gut vom Timing her. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Vorschläge für die Vault habt, dann gerne in die Kommentare damit. Ich werde mir die auf jeden Fall anschauen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.